Sebastian, wir stehen kurz vor der EM. Die World Cups liefen ja nicht ganz nach deinem Geschmack, denke ich mal. Wie viel Ehrgeiz oder wie gehst du in die EM ran, was den Einer angeht? Grundsätzlich bin ich mit den Weltcup-Ergebnissen fast zufrieden. Also bis auf den Zweier, wo wir natürlich knapp verloren haben, lief es ganz okay. Ich denke, nach der Pause, die ich mir einfach mal gegönnt habe, kann ich mit zwei zweiten Plätzen im Einer ganz gut leben und bin zuversichtlich für die Europameisterschaft und für die Weltmeisterschaft. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017